Adrien, haben wir denn alle soweit, oder? Ja, bitte reden, ich grüße euch den Kameraden. Lassst du bitte auch mal ein Foto hier von Landers? Was? Nicht du! Du bist auch Andreas. Alle eure Fieger sind nach vorne fallen! 5-0, optimistisch, wa? Ach, naja. Durchwachsen, ne? Freut mich, wenn wir dort die Liga spielen. Die schöne Ost-Duelle. Mal gucken. Mein Leben lang. Mein Leben lang. Damals mit meinem Vater ins Stadion gegangen. Und, ja. Ja, Sven. Ja, das ist so gut. Ja, aber das ist ja an der Seite. Das ist so nett. Da kommt jetzt gleich eine wunderschöne Brücke. Und da wollen wir da mal ein bisschen einklatschen, denk ich mal. Einklatschen? Einklatschen, ne? So, Jungs. Jetzt machen wir mal ein Rücken. Einmal blau-weiß. Immer blau-weiß. Hä? Hä? Einmal blau-weiß, immer blau-weiß. Einmal blau-weiß, immer blau-weiß. Der erste FC Magdeburg wird niemals untergehen, niemals! Einmal so ist, immer so ist, hey! Ich hab ohnehin, ich hab ohnehin. Das war die blöde Scheiße, die ihr mitgemacht habt! Nächstes Jahr, das Top-Bete! Danke, Gaby! Gaby, du bist die Beste! Stocki, Alter, reiß dich zusammen! Schmeiß dich vom Wort, Jürgen! Einmal Gaby, hey! Einmal Gaby, hey! Einmal Gaby, hey! Das ist doch verboten! Nur Karolismi! Seid führer, der ist nicht! Denk schnell abhauen! Denk schnell abhauen! Hey, ja, hey, ja! Wir sind vom FCM! Und wir singen, hey, ja! Blau-weiß FCM! Einmal Gaby, hey! Einmal Häuschen, immer Häuschen, hey! Einmal Häuschen, immer Häuschen, hey! Hey! Einmal blau, weiß, immer blau, weiß, hell, hell, hell. Jeder regiert FCM. Einmal blau, weiß, immer blau, weiß, hell, hell. Einmal blau, weiß, immer blau, weiß, hell, hell. Im Endeffekt sag ich mal, wir sind verdient abgestiegen, weil wir einfach nur Luft für 70 Minuten haben, nichts anderes. Und wer soll die Tore vorne machen, wenn Beckus nicht da ist? Wir haben einen Low Camper, der sich mega eingesetzt hat und Leistung gezeigt hat. Dann mit unserem Ausfall von Turpitz, das war ein mega Ausfall, sag ich mal. Und wer soll dann die Tore vorne machen? Wir stehen zur Mannschaft, wir fans halten zusammen alles drum und dran. Und wir peitschen auch die Jungs in der dritten Liga wieder vorne an. Ist so. Was ist das Besondere am FCM? FCM verbindet einfach, das ist eine Familie, das ist Leib und Liebe einfach. Und man kann das einfach nicht beschreiben. Wir sind Magdeburg und wir bleiben Magdeburg und wir rocken auf die dritte Liga und wir werden auch wieder aufsteigen. Also das steht fest. So ist mein Plan. Wann? Nächstes Jahr. Also ich würde sagen, wir spielen in der dritten Liga gut. In der zweiten Liga haben wir scheiße gespielt, aber es geht immer nach vorne. Wir sind das Magdeburg und bring euch das ein. Wir sind das Magdeburg, bringt euch das ein! Wir sind den Klub und unsere Kurvene! Egal wohin es geht, wir sind dabei! Das Magdeburg, bringt euch das ein! Das Collective! Das Collective! Das Collective ist wieder da, das Collective ist wieder da! Von Hamburg ist nach Liverpool und ganz gut ist ade! Der Herr selbst dem Magdeburg wird niemals unser Leben! Ole, 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 ole! Wer er aus dem FC wappen, wird niemals unser Leben! Niemals! Dankeschön! Bei울, unser Glaube! ühl keine Liga! 是什麼 wir lieben! Ich millise fuck not an dich! O estamosatched! Oh, unser Glaube! ,ใชst eure Liga! Ja, das wird gut. Ob wir verlieren oder nicht. Das Haus schon wird so gut. Ich hab's doch mehr hier.